Herr Altmaier, der kommt und übergeben selbstverständlich das Wort zu ihm und werden danach weitersprechen hier bei uns im Studio. So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach Abschluss der 152. Sitzung des Arbeitskreises Steuerschätzungen, die in Braunschweig in diesem Herbst stattgefunden hat. Mit mir Ihnen hier die Ergebnisse zu präsentieren, ist der geschäftsführende Bundesfinanzminister Peter Altmaier und Staatssekretär Werner Gatzer. Bitte, Herr Minister. Vielen herzlichen Dank. Meine sehr verehrten Damen und Herren, einen schönen guten Tag, wie man sich hier umsieht. Sie sitzen hier wie immer. Neben mir sitzt Herr Gatzer wie immer. Nur die Bundesregierung ist dieses Mal geschäftsführend im Amt. Das ist so, wenn Bundestagswahlen stattgefunden haben. Und geschäftsführende Amtsführung heißt, dass wir uns zum einen der Verpflichtung auf die Kontinuität des Regierungshandelns bewusst sind, und zweitens aber auch wissen, dass wir einer neuen Bundesregierung, wenn sie gebildet wird, nicht vorgreifen werden. Deshalb ist es heute eine Steuerschätzung, die sich sehr stark an den Fakten orientiert. Der Arbeitskreis Steuerschätzung hat uns die Ergebnisse seiner Arbeit übermittelt. Das ist nicht nur das Ergebnis der Tagungen, die seit Dienstag in Braunschweig stattgefunden haben. Das ist also eine sehr intensive und herausfordernde Tätigkeit. Und ich möchte allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dieses Hauses, insbesondere dem Kollegen Staatssekretär Gatzer und Herrn Abteilungsleiter Mießen ganz herzlich für ihre Arbeit danken. Die Steuerschätzung basiert auf der gesamtwirtschaftlichen Herbstprojektion der Bundesregierung. Diese sieht ein reales Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von 2 Prozent für dieses und 1,9 Prozent für das kommende Jahr vor. Wir hatten ja am Montag und Dienstag in Brüssel Eurogruppe und ECOFIN. Und ich kann sagen, dass wir zum ersten Mal seit vielen Jahren die Situation haben, dass die gesamte Wirtschaft des Euroraums wächst und dass das Wachstum nicht nur auf einige wenige Länder konzentriert ist, sondern auch in Ländern, insbesondere in Osteuropa, aber auch in Frankreich, Italien und Griechenland deutlich an Fahrt gewonnen hat. Wir haben die detaillierten Ergebnisse der Steuerschätzung an sie verteilt. Und diese Ergebnisse bestätigen im Wesentlichen unsere Annahmen, die wir bereits in den letzten Monaten Schritt für Schritt gebildet haben. Wir haben gesamtstaatlich betrachtet weiterhin eine günstige Entwicklung des Steueraufkommens. Bund, Länder und Gemeinden können auch weiterhin mit wachsenden Steuereinnahmen rechnen, auch wenn die Bäume nicht in den Himmel wachsen und die Spielräume begrenzt bleiben. Das ist das Ergebnis der guten gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Die Einnahmen über alle Ebenen hinweg entwickeln sich voraussichtlich von 734,2 Milliarden Euro in diesem Jahr auf 889,6 Milliarden Euro im Jahr 2022. Wir haben im Einzelnen im Jahre 2017 734,2 Milliarden, 2018 764,3 Milliarden, 2019 795,1 Milliarden Euro, 2020 826,5 Milliarden Euro, 2021 857,9 Milliarden Euro und 2022 889,6 Milliarden Euro. Der Treiber für die gute Entwicklung der Steuereinnahmen ist in erster Linie der binnenwirtschaftlich getragene Aufschwung in Deutschland. Besonders hervorheben möchte ich den robusten Anstieg der Beschäftigung, sowie auch der Anstieg der Einkommen, das heißt der Löhne und der übrigen Einkommen. Das zeigt, dass das Wirtschaftswachstum bei den Bürgerinnen und Bürgern ankommt in diesem Jahr, im letzten Jahr und insgesamt. Es lohnt sich der Blick in die einzelnen Ebenen. Wir haben für den Bund ordentliche Zuwächse, die noch besser ausfallen in diesem Jahr bei Ländern und Gemeinden. Das ist eine Entwicklung, die sich so im letzten Jahr noch nicht dargestellt hat. Es ist eine sehr erfreuliche Entwicklung für die Länder und für die Gemeinden. Und wenn ich mit den Zahlen für den Bund beginnen darf, wir haben gegenüber der Steuerschätzung im Mai beim Bund folgende Abweichungen für 2017 plus 0,2 Milliarden, für 2018 plus 6,8 Milliarden, für 2019 plus 2,8 Milliarden für 2020 minus 3,5 Milliarden, für 2021 minus 4,6 Milliarden. Sie dürfen jetzt nicht erschrecken. Das hängt damit zusammen, dass wir die Bund-Länder-Finanzen ab 2020 neu geordnet haben und dass sich diese Effekte, nämlich die höheren Überweisungen des Bundes an die Länder, dann auch in der Steuerschätzung zum ersten Mal abbilden. Neben der günstigen Konjunktur haben wir beim Bund einige besondere Effekte. Sie ergeben sich einmalig im laufenden Jahr aus einer höheren Belastung durch die Erstattung der Kernbrennstoffsteuer. Das waren immerhin 7,3 Milliarden Euro, die der Bund zusätzlich aufbringen musste, die im normalen Haushaltsplan nicht vorgesehen wurden. Auf der anderen Seite profitiert der Bund von geringeren Abführungen an die Europäische Union. Das entlastet uns in diesem Jahr um 3,4 Milliarden. Und es führt insgesamt dazu, dass die hohe Rückzahlung über die Kernbrennstoffsteuer an die Energieversorger im Ergebnis nahezu ausgeglichen worden ist. Auch im nächsten Jahr wird der Bund durch geringere EU-Abführungen entlastet. Dann sogar in der Größenordnung von 3,6 Milliarden, also ein leicht erhöhter Betrag. Es wirkt sich auch aus, dass der Bund ab dem Jahre 2020 höhere Beiträge an die Bundesländer überweisen wird. Ich habe das bereits gesagt. Wir hatten uns im letzten Jahr auf die Neuordnung, die umfassende Neugestaltung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen verständigt. Und als Ergebnis dessen werden die Länder in den Jahren 2020 und 2021 jeweils 99 Milliarden Euro vom Bund erhalten. Daneben ergeben sich gegenüber der Mai-Steuerschätzung Abweichungen, die aus dem Wegfall der bisherigen Annahmen des Arbeitskreises zur Fortführung des Finanzausgleichs resultieren. Deshalb haben wir in die Tabelle, die Sie bekommen haben, eine zusätzliche Zeile aufgenommen für die beiden letzten Jahre, die die um diesen technischen Effekt bereinigten Zahlen aufweist. Was heißt das konkret? Das heißt, dass sich im Hinblick auf die Abbildungen der Effekte der neu ordnenden Bund-Länder-Finanzbeziehungen Änderungen ergeben haben, die technischer Natur sind und die dazu führen, dass wir die beiden Zahlen, nämlich sozusagen die Bruttozahl und die Nettozahl getrennt ausgewiesen haben. Die um diesen Effekt in den Jahren 2020 und 2021 bereinigten Steuermehreinnahmen für den Bund für die kommende Legislaturperiode addieren sich nach der uns jetzt vorliegenden Schätzung auf rund 15 Milliarden Euro. Sie sehen also, dass wir bei der Bewertung der vorliegenden Zahlen verschiedene Effekte auseinanderhalten müssen. Einige Wirkungen sind konjunkturell bedingt, andere sind struktureller Art. Ich will das an dieser Stelle sehr deutlich sagen. Für eine solide Finanzpolitik ist diese Unterscheidung wichtig. Eine gute Wirtschaftslage kann sich schnell verändern aufgrund interner oder externer Faktoren. Das hängt nicht immer nur von politischer Gestaltung ab. Strukturelle Effekte haben Auswirkungen, die für die mittel- und langfristige Planung zu berücksichtigen sind. Und deshalb ist es wichtig, dass wir bei dieser Steuerschätzung und bei der Aufstellung künftiger Bundeshaushalte bei einem regelbasierten Ansatz bleiben, dass wir dafür sorgen, dass die solide Finanzpolitik, die über Deutschland hinaus Anerkennung gefunden hat, auch in Zukunft fortgeführt wird, dass wir den Haushalt nach den gleichen Regeln aufstellen, wie wir das in den letzten Jahren immer getan haben und dass wir mit konservativen Annahmen auch dafür Sorge tragen, dass wir unsere Haushaltszahlen nicht fortlaufend verändern müssen. Es ergeben sich starke Zunahmen bei Ländern und Gemeinden. Wir haben insgesamt für Länder und Gemeinden höhere Schätzwerte. Bei den Ländern für 2018 ein Plus von 2,5 Milliarden und für 2019 ein Plus von 2,3 Milliarden. Für die Gemeinden ist es etwas bescheiden, aber immerhin Zuwächse von 1,4 Milliarden in 2018 und 0,7 Milliarden in 2019. Dies ergänzt die ohnehin gute Haushaltslage der Länder. Bis Ende September erwirtschafteten die Länder zusammen einen Überschuss in Größenordnung von 12,7 Milliarden Euro. Damit verbesserten sie ihre Haushaltssituation um rund 9,1 Milliarden gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum. Das bedeutet, die Länder sind weiterhin solide finanziert. Man kann auch sagen, im Hinblick auf die Anwendung der Schuldenbremse der Länder sind große Fortschritte gemacht worden. Es hat mich sehr beeindruckt, dass auch in Nordrhein-Westfalen ein ausgeglichener Haushalt dargestellt werden kann. Das ist eine Entwicklung, von der ein positives Signal ausgeht, wie übrigens auch in allen anderen Bundesländern, wo sich solche positiven Entwicklungen zeigen. Was nun den Bundeshaushalt angeht, ist es uns ja in den letzten Jahren gelungen, die Bundeshaushalte ohne Neuverschuldung auszugleichen. Das war etwas, was von einer ganz besonderen Bedeutung war in der Außenwahrnehmung der Politik dieser Bundesregierung. Und es sehr dazu beigetragen hat, dass das Vertrauen in Deutschland insgesamt gewachsen ist, weit über den Bereich der eigentlichen Haushaltsführung hinaus. Die Sicherung der berühmten sogenannten schwarzen Null seit 2014 hat dieses Vertrauen begründet und regelmäßig gestärkt. Und deshalb ist es, glaube ich, wichtig, dass wir uns der Verantwortung bewusst sein sind, die wir mit jedem neuen Bundeshaushalt zu füllen haben. Das bedeutet, wir müssen die Ausgaben an den richtigen Stellen verstärken. Wir haben in den letzten Jahren erheblich investiert bei Bildung und Forschung in die innere und äußere Sicherheit, für Verkehrsinvestitionen, für die Bewältigung der Herausforderungen, der Integration. Das heißt, dort, wo Geld notwendig war, haben wir Geld in die Hand genommen als Bundesregierung. Wir haben aber auch immer dafür Sorge getragen, dass Reserven zur Verfügung standen, um auf unvorhergesehene Ereignisse zu reagieren. Der im Sommer beschlossene Finanzplan weist Planungsreserven in der Höhe von insgesamt 14,8 Milliarden Euro aus. Die Zahl ist Ihnen, denke ich, bekannt, die sich auf die Jahre 2000 bis 2019 verteilen. Für den Bund ergibt sich nun als reiner Effekt der Steuerschätzung, wenn man also die technischen Ausgleiche, die ich Ihnen genannt habe, berücksichtigt, ergibt sich für den Bund für die nächsten vier Jahre eine zusätzliche Steuereinnahme von rund 15 Milliarden Euro, gegenüber der letzten Steuerschätzung vom Mai. Zusammen mit den bereits vorhandenen Spielräumen in der Finanzplanung in Höhe von ebenfalls knapp 15 Milliarden, bedeutet das für die neue Legislaturperiode einen finanzpolitischen Rahmen, den man vorsichtig, aber konstruktiv nutzen kann, ohne ungebührliche haushalterische Risiken einzugehen. Die Einhaltung der Schuldenbremse ist bei einem solchen Vorhaben auch für das kommende Haushaltsjahr gewährleistet. Das Ergebnis liegt im Rahmen der bisherigen Erwartungen. Wenn ich es politisch zusammenfassen soll auf eine Begrifflichkeit, die Lage ist gut, sie hat sich ein Stück weit auch verbessert, aber die Bäume wachsen auch in den nächsten Jahren nicht in den Himmel. Wir sind gut beraten, ausreichende Vorsorge zu treffen, um für künftige Ereignisse gewappnet zu sein. Wir wissen zum Beispiel noch nicht, welche wirtschaftlichen und finanziellen Auswirkungen der Brexit haben kann. Das kann niemand wissen, weil dies Gegenstand von Verhandlungen ist. Wir wissen aber auch, dass es hier in Deutschland sich ebenfalls weitere Ausgaben ergeben können, beispielsweise aus der regelgebundenen Dynamik der Sozialausgaben, der kommenden Tarifrunden, des Mobilitätsfonds als Ergebnis des Dieselgipfels, der Kooperation mit den Kommunen, die unter besonderen Umweltbelastungen in den Innenstädten durch Überschreitung von NOx-Grenzwerten zu leiden haben. Ich möchte noch etwas zur Schuldenregel nachtragen, weil wir alle so froh sind, dass wir sie einhalten können. Aber wir müssen sie auch in all ihren Details verstehen. Wenn wir in konjunkturbedingte Mehreinnahmen, die nicht strukturell, sondern rein konjunkturell bedingt sind, vorschnell verplanen und verausgaben, dann verringert sich natürlich das Sicherheitspolster bei der Schuldenregel. Und die Einhaltung dieser Schuldenbremse ist verfassungsrechtlich geboten. Es ist darüber hinaus auch ein Gebot der Generationengerechtigkeit. Mein Eindruck ist, dass wir in den politischen Debatten der letzten Wochen gesehen haben, dass dies von praktisch allen politischen Parteien auch erkannt und anerkannt wird. Dies ist ein gutes Signal für die Zukunft. In einer Situation von robustem Wachstum, Rekordbeschäftigung und teilweise Fachkräftemangel muss die Finanzpolitik einen moderaten Einfluss ausüben. Zum Schluss, meine Damen und Herren, das Ergebnis der Steuerschätzung belegt. Deutschland steht wirtschaftspolitisch gut da, nicht erst seit heute. Das ist das Ergebnis der Entwicklungen aus den letzten Jahren. Es gilt für den Bund, aber es gilt inzwischen auch für die Länder und zunehmend auch für die Gemeinden. Und mit Blick auf die Gespräche, die stattfinden, die wir hier nicht so diskutieren haben, Wir müssen uns alle immer wieder daran orientieren, dass ein Handlungsspielraum, der vorhanden ist, nicht bedeutet, dass alle Wünsche erfüllt werden können. Die Frage einer soliden Haushaltsführung bemisst sich nicht nur daran, was der Bund an Steuereinnahmen einnimmt und zur Verfügung hat, sondern auch an dem, was man ausgibt. Die Wünsche sind bekanntlich immer sehr viele und viele auch nachvollziehbar. Dennoch müssen wir bereit sein, Prioritäten zu setzen, so wie wir dies auch in vergangenen Jahren gemacht haben. Wir haben Spielräume für die kommende Legislaturperiode, um die uns manche unserer ausländischen Partner, insbesondere auch in der Europäischen Union, beneiden. Aber es ist auch klar, wir müssen in den Grenzen dieser Spielräume bleiben. Wir sind ein Stabilitätsanker in Europa. Viele richten ihre Hoffnungen auf die weitere Stabilität der Wirtschafts- und Finanzpolitik in Deutschland. Und deshalb sollte dieser Kurs, egal wann und von wem die neue Bundesregierung gebildet wird, auch in Zukunft beibehalten werden. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Wir haben jetzt die Gelegenheit für Fragen. Als erstes habe ich Herrn Pichler gesehen. Warten Sie auf das Mikro, das zu Ihnen kommt. Herr Altmaier, Sie haben den Spielraum auf 30 Milliarden beziffert für die nächsten vier Jahre. Das haben Sie getan jetzt. Ich habe die 15 und 15 addiert, die Sie genannt haben. Aber müssen Sie nicht zum Beispiel auch die Flüchtlingsrücklage, die in diesem Jahr nicht gebraucht wird, nach allem, was man hört, mit einrechnen? Also ist der Spielraum in Wahrheit nicht sehr viel größer. Der Spielraum, den wir haben, ist nicht viel größer, weil wir ja beispielsweise auch seit der letzten Steuerschätzung, seit der Aufstellung des Haushaltsplanes für 2018, zusätzliche Verpflichtungen haben, die auf den Bund zugekommen sind. Wir haben uns beispielsweise beim Gipfel der Bundeskanzlerin mit den Kommunen im Herbst letzten Jahres darauf verständigt, 750 Millionen Euro zusätzlich zur Verfügung zu stellen, um umweltpolitisch wirksame Maßnahmen, insbesondere in den NOx-belasteten Großstädten und Ballungsräumen durchzuführen. Es gibt weitere Faktoren, die zu berücksichtigen sind. Deshalb ist es keine einfache Aufgabe der Addition von zwei genannten Zahlen, sondern die tatsächlichen haushalterischen Spielräume, die es gibt, die werden mit den politischen Parteien zu besprechen sein. Und dann muss es eine politische Entscheidung geben, wie weit und für welche Zwecke diese Spielräume genutzt werden. Also die Zahl 30 Milliarden ist ja schon öfter mal genannt worden, auch in den Medien. Und ich habe mich bewusst darauf beschränkt, Ihnen neben dem Finanzplan die zusätzlichen Mehreinnahmen gegenüberzustellen. Das haben Sie gesehen, aber ich warne davor, das einfach gleichzusetzen mit Das ist der Spielraum. Es ist nicht ganz falsch, aber man kann es nicht eins zu eins einfach so sagen. Als Nächsten hatte ich Herrn Hildebrandt gesehen. Das Mikro kommt von der anderen Seite. Ja, noch eine technische Nachfrage zu den Spielräumen auf Ihrer letzten Seite hier in der Tabelle. Da gibt es denn für die Jahre 2020... Moment, eine Sekunde, geben Sie mir mal eine Chance. Geben Sie mal eine Chance, ich habe das Ding hier irgendwo liegen. Jawohl, ich habe es schon. Ja. Ja, da gibt es denn 2020, 2021 jeweils die Schätzabweichung, die Reine mit 6,3 und 5,8. Aber da ziehen Sie irgendwas ab und kommen dann auf einen Reineffekt, auf 4, 2, 3, 5, den Sie ja auch für Ihren Spielraum dann nehmen. Das hatte ich Ihnen schon erklärt, glaube ich, aber vielleicht ist der Bezug nicht deutlich geworden. Wir haben ja die Situation, dass die Länder ab dem Jahre 2020 und im Jahre 2021 jeweils diese 9 Milliarden vom Bund bekommen, die ich Ihnen genannt hatte. Diese Zahl ist fix. Aber die Frage, wie diese Zahlen in den bisherigen Abbildungen, in den bisherigen Planungen abgebildet worden sind, daraus ergeben sich diese Abweichungen. Und damit wir in der Systematik bleiben, haben wir Ihnen dann sozusagen den nominalen Wert und den tatsächlichen Wert unten drunter geschrieben. Bei der Aufstellung des letzten Finanzplans war ja der Länderfinanzausgleich bereits berücksichtigt. Also warum kann ich denn nicht die 5,8 und 6,3 als Spielraum nehmen? Weil das wussten Sie ja schon bei der Aufstellung des Finanzplans. Nein, es war aber bei der letzten Steuerschätzung nicht berücksichtigt. Und dann noch eine politische Frage. Angesichts dieser ganzen schönen Steuermehreinnahmen steht ja auch das Versprechen im Raum, Steuersenkungen vorzunehmen in der kommenden Legislatur. Da wird ja in den Sondierungen gerade darüber verhandelt. Nun taucht in dem letzten Papier, was es da gibt unter steuerpolitischen Maßnahmen, eigentlich nur noch als große Maßnahme der Abbau des Soli auf bei den Sondierungen. Und es gibt auch Stimmen aus Ihrer Partei und aus der FDP, die sagen, das könnte die einzige Maßnahme werden. Halten Sie es für denkbar, dass die Union eine Steuerreform mitmacht, die sich auf den Soliabbau beschränkt, der ja nur, sag ich mal, oder vor allem den oberen Einkommen zugutekommt und nicht den unteren und mittleren, wie Sie es ja im Wahlprogramm versprochen haben? Ich glaube, die Aufgabe eines geschäftsführenden Bundesministers besteht nicht in erster Linie darin, Sondierungsgespräche zu kommentieren, sondern das darzustellen, was von staatlicher Seite aus seriös dargestellt werden kann. Im Übrigen ist es so, dass aus Sicht des geschäftsführenden Ministers es selbstverständlich ein ganz wichtiger Punkt ist, dass die Steuerquote nach Möglichkeit nicht steigt. Wir haben eine Steuerquote, die aktuell für 2017 22,6 Prozent beträgt. Und bei ganz normalem Verlauf des Wirtschaftswachstums würde die Steuerquote ansteigen. So, das ist ein Punkt, der, glaube ich, in den Wahlprogrammen der allermeisten Parteien Berücksichtigung gefunden hat. Es gibt unterschiedliche Vorstellungen. Das, was ich als jemand, der nicht in der Eigenschaft als Bundesminister, sondern in der Eigenschaft als Vertreter seiner politischen Partei an diesen Verhandlungen ja auch beteiligt ist, sagen kann, dass die Diskussionen andauern und dass Ergebnisse erst dann feststehen, wenn eine Einigung über alle offenen Fragen stattgefunden hat. Es gibt aus meiner Sicht im Übrigen, ist es auch nicht richtig, was Sie sagen. Sie werden sehr viele Punkte finden, über die diskutiert wird, die nicht nur mit dem Thema Soli zu tun haben, sondern die auch mit Entlastungen von Familien zu tun haben, die mit Forschungsförderung zu tun haben. Aber für alle diese Punkte gilt, sie werden verhandelt. Und am Ende wird es eine politische Entscheidung geben, welche Maßnahmen mit Priorität umgesetzt werden. Und die Aufgabe dieses Hauses wird dann dabei bestehen, den Sondierungs- und vielleicht irgendwann auch Koalitionsverhandlern dabei behilflich zu sein, die Spielräume genau einzuschätzen und die Grenzen wie die Möglichkeiten richtig zu gewichten. So, meine Damen und Herren, ich versuche das für Sie noch mal zusammenzufassen. Wir beide, Tobias Hänze vom Deutschen Institut der Deutschen Wirtschaft, vom Institut der Deutschen Wirtschaft und ich, wir saßen hier, meine Damen und Herren, und haben versucht, uns einen Reim zu machen aus den Zahlen. Ich versuche das noch mal zusammenzufassen. Also, wir haben deutliche Mehreinnahmen für Bund, Länder und Kommunen. Im Jahr 2017 werden die Steuereinnahmen 734 Milliarden Euro sein. In vier Jahren, dann sind es schon 889, ich breche das mal runter, kurzum, in vier Jahren wird es 165 Milliarden Euro mehr Geld im Jahr geben als heute. Das klingt ziemlich ordentlich. Im Vergleich zur letzten Steuerschätzung sind es so etwa 20 Milliarden, die jetzt mehr da sind, als man noch bei der letzten Steuerschätzung vor einem halben Jahr gedacht hat. Also, Herr Dr. Hänze, dann lassen Sie uns das doch mal einordnen. Würden Sie das machen für mich, weil Sie sind der Experte und ich halte mich da nicht für fähig zu. Was heißt das Ganze jetzt? Was machen wir daraus? Ja, wir sehen alle halbe Jahre das gleiche Bild. Der Staat nimmt noch etwas mehr ein, als er vorher gedacht hat. Er hat einen dicken Überschuss. Und das heißt also, es gibt einen Spielraum, etwas zu tun. Natürlich, und das hat Herr Altmaier auch gesagt, man kann nicht alles machen, was man sich vorstellt. Dafür ist die Wunschliste zu groß. Aber es ist der Spielraum da, um die Steuern zu senken, um beispielsweise anzufangen, den Soli abzuschaffen, um gleichzeitig auch wichtige Impulse in die öffentliche Infrastruktur, in den als Investitionen zu geben und auch zu verhindern zumindest, dass neue Schulden getätigt werden. Es gab ja großen Widerstand gegen, gerade aus Ostdeutschland, den Solidaritätszuschlag beispielsweise abzuschaffen, dass man nur am Rande, aber wenn wir auf das Geld schauen, wenn ich als Laie jetzt gucke, dann sehe ich, 165 Milliarden wird es alleine in vier Jahren mehr geben, aber über die Jahre kumuliert, wenn wir das mal, haben wir eben so grob überschlagen. Und meine Damen und Herren, nehmen Sie das nicht ganz so genau, wir mögen uns geirrt haben bei der einen oder anderen Milliarde, aber so roundabout über 300 Milliarden Euro in den nächsten vier Jahren mehr Geld. Ich will das einfach mal nur als Zahl fassbar machen für uns alle. Das klingt für mich nach massiv viel, trotzdem, wenn man Herrn Altmaier sehr gut zugehört hat, ich finde, das ist auch das Schöne bei uns bei Phoenix, dass man wirklich das wahrnimmt, was er so zwischen den Tönen, zwischen den Sätzen sagt, als Zwischentöne sozusagen. Dann hat er eigentlich auf die Bremse getreten, hat gesagt, nein, es ist gar nicht so viel, wie es sich anhört. Ganz am Schluss hat er einmal gesagt, ja, wir müssen auch schauen auf die Ausgabenseite und da müssen wir Prioritäten setzen. Und das hat er ganz am Schluss gesagt, hat vielleicht nicht jeder mehr ganz so genau zugehört, aber das ist ein sehr wichtiger Punkt. Und das erwarte ich auch von der neuen Bundesregierung, dass sie Vorschläge macht, wo sie auch Geld einsparen kann. Weil es kann nicht sein, dass jeder Spielraum, den sozusagen wir als Bürger und Unternehmer in diesem Land erarbeiten, von der Politik sofort gefüllt wird, indem einfach die Ausgaben weiter steigen. Und dann wird gesagt, sorry, lieber Bürger, lieber Unternehmer, für euch ist jetzt kein Geld da, wir können die Steuern nicht senken und vielleicht können wir doch auch gar nicht Schulden zurückbezahlen. Das erinnert mich so ein bisschen, wie wenn Ihr Nachbar Ihnen sagt, jedes Jahr dicke Gehaltserhöhung und plötzlich jammert er, er kann sich keinen neuen Rasen mehr leisten. Ja, da fehlt Ihnen vielleicht auch das Verständnis für, aber wenn er in der Zwischenzeit sich ein neues Auto, eine neue Küche und ein paar Urlaube geleistet hat, dann wird das ja verständlich. Und so macht die Politik auch. Entschuldigen Sie, Herr Henze, Sie haben eben was gesagt, das habe ich irgendwie in den letzten Wochen gar nicht gehört, nämlich Ausgaben zurückführen, hat offenbar die alte Bundesregierung und möglicherweise auch die Sondierer rund um Jamaika und jeder andere, der jetzt sondieren würde, aufgrund dieses Wahnsinnsüberschusses, der da so da ist, vergessen, dass man möglicherweise auch an der einen oder anderen Stelle vielleicht sogar sparen könnte, für den Fall, dass irgendwann vielleicht es nicht mehr ganz so gut läuft in Deutschland. Ganz genau. Aus meiner Sicht kommt dieses Thema Einsparungen viel zu kurz. Aber dabei ist es die Aufgabe der Politik, sich genau zu überlegen, wo das Geld am effektivsten eingesetzt werden kann. Aber das passiert aus meiner Sicht zurzeit nicht. Auch in den Sondierungsgesprächen. Ganz kurz, haben Sie explizite Punkte, wo Sie sagen, da könnte eingespart werden? Wir haben gesehen, in der vergangenen Legislaturperiode, da wurde einiges für die Rentner getan, Rente mit 63, Mütterrente, das sind Ausgaben, die sind nicht nur einmal fallen die an, sondern das kommt Jahr für Jahr, immer weiter und summiert sie auch noch auf und wächst auch noch an. Und das heißt also, da vertut man sich Spielräume für die Zukunft. Alles klar, dann sage ich vielen, vielen Dank, Tobias Henze vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Vielen Dank für die Einordnung dieser ja nicht so ganz einfachen Materie, finde ich, haben Sie sehr plastisch für uns gemacht. Vielen Dank, dass Sie hier waren im Studio. Sehr gerne.